Gustavo Salami, Gründer von Kublai und der Metaverse Academy. Wer ist das da hinten? Das ist Spectral Odyssey. Das ist ein Projekt, das ich gestartet habe, mit AI Kunst zu erstellen. Ich merke, dass die AI, wenn sie etwas nicht versteht, fängt Fehler zu machen. Und meine Überlegung ist, wenn sie im Text Fehler macht, ist das nicht so gut, weil das sind falsche Fakten, Fake News, Misinformation. Jetzt aber im Kontext von Kunst hat das ein bisschen einen anderen Turn, weil dann reden wir von Halluzinationen, die wieder kreativ sind. Also für mich ist Kreativität dann, wenn die AI Fehler macht. Das ist ein Bild, das mit Journey erstellt worden ist. Und dann mit Table Diffusion, mit solchen Modellen, aufeskaliert. Und wenn sie etwas nicht versteht, dann erfinden sie Sachen wie zum Beispiel einen Mönch in den Brüllen oder Augen in den Haaren. Oder zum Beispiel Affenköpfchen und so weiter und so fort. Wie kann man das verwenden, jetzt für Werbung zum Beispiel? Das habe ich mich ganz ehrlich gesagt noch nie überlegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit gewissen Prompts, es könnte auch gewisse Sachen hineinprompten, dass ich zum Beispiel sage, ich will jetzt hier einen V-Zug-Wästmaschinen da drin haben, dass man die dann auch da drin hätte. Zum Beispiel. Vielen herzlichen Dank auch an das Flashback an meine berufliche Vergangenheit. Ich bin auf esa Kamera. Wenn wir eine Röhre im Moment nehmen. Du bist, wenn du es in der Röste anstattest. Ich kann mir nicht näher berufliche. Ich bin ein Röste anstattest. Ich bin einfach bei richtig und mit der Rösten. Vielen Dank.